Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Zeit, von der ich mir vor ungefähr sechs Monaten gar nicht hätte vorstellen können, dass wir darüber diskutieren müssen. Wir leben in einer Zeit, in der der neu gewählte amerikanische Präsident heute ankündigt einen großartigen Tag für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Er kündigt den Bau einer Mauer an. Vor einem Vierteljahrhundert hat einer seiner Amtsvorgänger in Berlin am Brandenburger Tor den damaligen Präsidenten Gorbatschow aufgefordert, eine Mauer einzureißen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden von einer Zeit, in der Jean-Marie Le Pen, Gerd Wilders und Frauke Petry gegen Europa hetzen. Und zeitgleich wird hier in einer demagogischen Art und Weise, insbesondere durch den Kollegen Breyer, ein Handelsabkommen mit einem der demokratischsten Länder dieser Welt diffamiert, wie ich es mir wirklich nicht hätte vorstellen können. Sagen Sie mal, Herr Kollege Breyer, wo leben Sie eigentlich? Die Antwort auf das, was wir gerade um uns erleben, ist doch nicht Neoprotektionismus und Neonationalismus, sondern das ist mehr Zusammenarbeit, das ist mehr Freihandel und mehr Freiheit. Verdammt noch mal! Herr Abgeordneter Dr. Gag, erlauben Sie ein Zwischenbemerkendes, Abgeordneter König? Nein, nein, Herr Präsident, tut mir leid, ich möchte den Gedanken zu Ende bringen. Ich bin wirklich fasziniert, Herr Dr. Breyer, dass Sie auf öffentlichen Podiumsdiskussionen Freihandel wie folgt definieren. Freihandel, ja, aber nur zu unseren Bedingungen. Damit stellen Sie sich, das haben Sie wortwörtlich genauso bei der Podiumsdiskussion in Bredstedt gesagt, Freihandel, ja, aber nur zu unseren Bedingungen. Damit stellen Sie sich genau in die Reihe der Wilders, der Petris und der Marie Le Penz ein. Das, Herr Kollege Breyer, ist genau die falsche Antwort auf die Entwicklung, in der wir gerade dummerweise leben. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die neue kanadische Regierung unter Justin Trudeau fertiggebracht hat, eine linksliberale Regierung, die überhaupt kein Interesse daran hat, Herr Kollege Voss, die überhaupt kein Interesse daran hat, die Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge zu privatisieren. Sie müssen mir einen Minister des Kabinetts Trudeau zeigen, der die öffentliche Gesundheitsversorgung oder die Wasserversorgung privatisieren will. Reden Sie doch hier nicht so einen Unsinn. Das ist doch wirklich demagogischer Humbug, der hier erzählt wird. Das Living Agreement im nachverhandelten Vertragstext von CETA ist ein Riesenfortschritt. Es macht CETA zum modernsten Freihandelsabkommen überhaupt. Und da muss man das auch nicht mit Singapur vergleichen. Übrigens, das Freihandelsabkommen mit Singapur liegt vor Gericht wegen der Frage, ob die nationalen Parlamente ein Mitspracherecht haben sollen. Und wegen sonst nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich kann wirklich nur dazu auffordern, vielleicht auch angesichts von Listenparteitagen, ich komme zu meinem letzten Satz, auch angesichts von Listenparteitagen ein wenig offener und ein wenig konstruktiver, mit weniger Vorurteilen gegen Freiheit und gegen Freihandel hier vorzugehen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Rasmus Andresen und danach Dr. Patrick Beyer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt hier noch mal zu Wort gemeldet, weil mich die Diffamierung des Protests, den wir gegen die Freihandelsabkommen, also beim CETA-Abkommen, aber bei TTIP war es ja noch ein bisschen stärker, erleben, wirklich stört. Und mir geht es nicht darum, die kanadische Regierung zu kritisieren. Da gibt es viele positive Elemente und wir können froh sein, dass wir auch im internationalen Vergleich eine Regierung haben, wie wir sie in Kanada haben. Nichtsdestotrotz machen wir aber Vertragswerke und Handelsabkommen nicht abhängig von aktuellen Regierungen, sondern man kann ja gerade an den USA sehen, dass es auch ganz schnell zu Regierungswechseln kommt. Deswegen müssen Vertragswerk und Handelsabkommen in sich schlüssig sein. Und wenn man da Bauchschmerzen hat oder wenn man da Fragezeichen hat, weil man die Befürchtung hat, der Kollege Voss hat sie für uns geäußert, dass öffentliche Daseinsvorsorge damit geschliffen werden kann, dass viele andere Sachen, Arbeitnehmerinnenrechte abgebaut werden, dann muss das auch angesprochen werden. Dann kann man das hier nicht einfach diffamieren und in einen Topf mit der AfD geworfen zu werden. Und aus meiner Sicht passt das auch in vielen Punkten nicht. Weil wenn man sich mal anguckt, wer sich in dieser Bewegung engagiert, dann sind das Menschen, die sich in Gewerkschaften für Arbeitnehmerinnenrechte engagieren, dann sind es Menschen, die sich in Umweltbewegungen engagieren, das in Menschen, die eine ganz andere Wertevorstellung haben, als das, was von rechts rechtspopulistisch gerade hier bei uns im Land und woanders los ist. Wir haben erlebt, dass bei den großen Demonstrationen in der Tat probiert wurde, von der AfD und von anderen sich dort ranzuhängen. Deswegen haben die Organisatorinnen und Organisatoren der Demonstrationen ganz deutlich gesagt und in schriftlichen Erklärungen festgehalten, dass sie sich für eine solidarische Welt einsetzen, eine Welt, wo Vielfalt eine Stärke ist und dass sie die völkisch-nationalistischen Motive von Rechtspopulisten ablehnen. Das haben sie unmissverständlich deutlich gemacht. Und ich finde, es ist wirklich unverschämt, all diese Menschen, die sich demokratisch engagieren, hier in einen Topf mit Frauke Petry, Le Pen und anderen zu werfen. Das gehört sich nicht, auch wenn man inhaltlich eine andere Position vertreten kann. Ich finde, das ist auch kein gutes Debattenniveau für eine demokratische Kultur. Und ich will noch einmal eine Sache sagen. Ein Teil der Freihandelskritik bezieht sich auch auf die Frage, ob wir hier mit bilateralen Abkommen das Richtige tun oder ob das nicht dazu führt, dass vor allem Staaten, die schon wirtschaftsstark sind, diejenigen sind, die profitieren und Schwellen- und Entwicklungsländer außen vor gelassen werden und weiter nur noch am Katzentisch über solche Fragen mitentscheiden dürfen. Und das ist eben auch ein Problem bei bilateralen Handelsabkommen, bei der Debatte um TTIP, bei der Debatte um CETA. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir Entwicklungsländer und Schwellenländer besser in solche Prozesse einbinden. Das gehört eben auch auf den Tischen. Das ist das Gegenteil davon, protektionistische Handelspolitik zu machen. Nein, im Gegenteil. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abkommens? Vielen Dank, Herr Kollege Andresen. Der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, dass man bei bilateralen Abkommen jemanden ausschließen würde. Das wird ja wiederholt genannt. Nur jetzt muss ich Sie vielleicht mal darauf hinweisen, haben Sie mal nachgeschaut, mit wie vielen Schwellenländern und auch teilweise noch Entwicklungsländern die EU-Bilaterale Abkommen, die nicht ganz so weit gehen, aber vergleichbar sind, abgeschlossen hat. Das ist ja nicht so, dass jetzt sozusagen die reichen Industrienationen versuchen, irgendeinen Club zu gründen und andere auszuschließen, sondern genau das Gleiche wird ja eben auch mit vielen Schwellenländern, zum Beispiel in Asien gemacht. Und deswegen ist es eben nicht so, wie Sie sagen, dass mit jemandem ausgeschlossen wird, sondern eben, wenn wir das mit diesen Ländern machen, muss man sich doch ernsthaft die Frage stellen, warum es nicht mit einer Musterdemokratie wie Kanada hinbekommt. Das ist doch die entscheidende Frage. Je mächtiger wir Wirtschaftsblöcke machen, sei es zwischen der EU und Kanada oder auch mit den USA, desto mehr Einfluss wird sozusagen dann ja auch in diesem Bereich wirtschaftspolitisch und handelspolitisch geschehen. Und natürlich sind dann andere davon ausgeschlossen. Natürlich sind dann Entwicklungsländer, afrikanische Länder beispielsweise, außen vor und verlieren weiter an Boden. Und das ist irgendwie keine Kritik, die sich jetzt irgendwie Grüne ausgedacht haben, sondern das ist eine Kritik, die ja auch sehr, sehr bewusst von Entwicklungsorganisationen kommt. Und der ganze Aspekt der Entwicklungsländer und wie wir mit denen weiter umgehen, hat auch in Ihren Redebeiträgen leider überhaupt keine Rolle gespielt. Ich würde mir wünschen, dass wir darüber mal diskutieren und dass wir uns wünschen, dass wir uns darüber unterhalten, wie man Welthandel insgesamt für alle Staaten auch besser aufstellen kann und sich darauf nicht auf bestimmte Länder zu konzentrieren, wo es vielleicht wirtschaftliche Interessen gibt, die unsere sind. Noch eine weitere Nachfrage? Natürlich. Bitteschön. Dann haben Sie die jetzt... Sie haben ja allerdings zwei Sekunden abgezogen. Noch einmal ganz kurz, Herr Kollege Andresen, ich glaube, wir helfen keinem Schwellenland und keinem Entwicklungsland, wenn wir es nicht hinbekommen, mit Ländern wie Kanada Abkommen zu schließen. Ich sehe nicht, wo das diesen Ländern helfen soll. Noch einmal ist es eher andersherum. Wenn Europa sich dort rausnimmt aus den weltweiten Handelsbeziehungen, dass wir die enger knüpfen, dann passiert nämlich Folgendes. Sie weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben im letzten Tag, was bei TPP passiert ist, beim Pazifischen Abkommen. Da hat der Trump gesagt, da gehen wir jetzt raus. Was machen denn Länder wie Australien und andere beteiligte Staaten, die jetzt sagen, okay, die USA wollen nichts mehr mit uns zu tun haben. Das war ja eigentlich ein Anti-China-Bündnis im Pazifischen Raum. Die wollen jetzt China statt der USA reinholen. Und wenn das das Ergebnis ist, dass die westlichen Demokratien bei solchen Handelsabkommen immer mehr außen vor sind, dann glaube ich, helfen wir keinem Schwellenland und als Recht keinem Entwicklungsland auf dieser Erde. Nochmal ganz kurz. Wir Grüne sind nicht dagegen, dass wir mit Kanada Handelskooperationen abschließen. Aber es kann nicht sein, dass jedes Abkommen, und sei es, gibt es noch so große Befürchtungen, was die Standardsfrage im Umweltbereich bei Arbeitnehmerinnenrechten angeht, dass wir deshalb zu jedem Abkommen Ja sagen müssen. Und ich finde auch, wenn man mit Kanada über eine künftige Handelspolitik redet, dann gehört die Perspektive der Entwicklungsländer mit auf den Tisch. Und es gehören eigentlich auch die Entwicklungsländer auf den Tisch. Und deswegen glauben wir auch, dass wir einen anderen Rahmen brauchen für eine weltweite Handelspolitik. Alles das schließt nicht Kooperation mit Kanada aus. Aber nicht so, wie das CETA-Abkommen jetzt ist, weil das wird nämlich gravierende Schäden auch für Entwicklungsländer haben. Der nächste Abgeordnete ist Dr. Patrick Beyer. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren. Herr Dr. Stegner, Sie haben hier gesagt, Sie ändern Ihre Meinung nicht. Da möchte ich Sie doch mal daran erinnern, dass dieser Landtag auf Antrag unter anderem Ihrer Fraktion 2014 einen Beschluss gefasst hat mit dem Titel Faire Regeln für Handelsabkommen. Und in diesem Beschluss heißt es wörtlich, sogenannte Investitionsschutzvorschriften wie Investorstaatschiedsverfahren sind in Abkommen mit Drittstaaten, die hinreichend entwickelte Rechtssysteme und eine unabhängige Justiz haben, nicht akzeptabel. Jegliche Form einer Sondergerichtsbarkeit in diesen Fällen ist abzulehnen. Und jetzt für CETA zu sprechen, wo genau ein solches Schiedsgericht drin vorgesehen ist, das ist mal wieder eine Fortsetzung von versprochen, gebrochen. Politik der Küstenkoalition in vielen Fällen. Herr Dr. Garg, uns als Antwort auf Trump ernsthaft einen Flickenteppich an bilateralen Handelsabkommen verkaufen zu wollen, das ist doch wirklich ein außenpolitisches Armutszeugnis. Das kann doch keine Antwort sein. Ich habe Ihnen doch erläutert in meiner Rede, dass CETA kein klassisches Freihandelsabkommen ist, sondern weit darüber hinaus geht. Über das Prinzip der Negativliste gilt es plötzlich auch für Bereiche, die gar kein Handel mehr sind. Zum Beispiel Bergbau. Es ist darin enthalten ein Investorenschutz. Es ist darin enthalten ein ständiges Schiedsgericht. Hat auch mit Handel und Freihandel eben nichts zu tun. Und ich stehe dazu, dass es Freihandel nur zu unseren demokratisch festgelegten Bedingungen geben darf. Die Bedingungen sind, demokratisch festzulegen und nicht in Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Hier gehören Sie hin ins Parlament und nicht hinter verschlossene Türen. Freihandel heißt für uns Piraten eben nicht Handel, frei von Verbraucherschutz, frei von Umweltschutz, frei von Datenschutz, sondern die Schutzstandards müssen im Parlament von den Volksvertretern festgelegt werden können und nicht in Geheimverhandlungen. Der nächste Abgeordnete, Bernd Voss. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich noch mehr gemeldet wegen der Äußerung von Herrn Vogt. Natürlich ist das ein Problem, dass wir immer mehr bilaterale Handelsverträge haben, gerade auch mit afrikanischen Ländern, mit asiatischen Ländern, teilweise auch mit problematischen Inhalten, weil man die Konsequenzen noch nicht so überblickt hat. Und das sind Staatsverträge, die letztlich eingehalten werden müssen. Und unser aller Ziel muss es ja letztlich sein, multilaterale Handelsabkommen, Stichwort WTO zu haben und auf der Basis auch entsprechend aufzubauen. Ich habe mich aber auch noch mal gemeldet, um noch mal den Link zu den anderen Themen zu machen, die wir jedes Mal hier wieder im Landtag haben. Und das ist letztlich die Flüchtlingsproblematik. Und die Flüchtlingsproblematik hat ihre Ursache ja mit in der prekären Situation vieler Länder. Und wir haben ja auch als Land die Verpflichtung und als Bund die Verpflichtung, die UN-Nachhaltigkeitsziele bei uns und weltweit zu erfüllen. Und dass sie erfüllt werden, und dafür sind faire Handelsbedingungen letztlich eine ganz, ganz wesentliche Grundlage, um dem zu begegnen, was wir jeden Tag wieder in den Medien wahrnehmen, welche Konflikte, welche Hungersituationen wir weltweit haben. Ich glaube, das müssen wir uns auch noch mal vor Augen führen, wenn wir meinen, wir rennen hier blind rein in jedes Handelsabkommen. Und ich sage jetzt noch mal eins, und das ist sowohl bei der Analyse von CETA, aber noch vielmehr bei der Analyse der Auswirkungen von TTIP deutlich geworden. Die Auswirkungen sind einmal, dass Europa insgesamt die Integration Europas weiter auseinanderflattert, weil man sich nicht mehr zentral erst einmal darauf konzentriert, diesen Binnenmarkt, dieses politische Gebilde Europa weiter zusammenzubringen. Und das Entscheidende ist, dass die Nachbarländer, gerade Nordafrika, gerade der asiatische Bereich, durch diese Handelsabkommen massiv benachteiligt werden. Und ich glaube, vor dem Vorzeichen müssen wir wirklich ganz genau hingucken, worin wir hier stolpern, wenn wir meinen, bei jedem Handelsabkommen groß Beifall klatschen zu können. Vielen Dank.